FC Bernfahnen, dein Abo motiviert mich sehr, mehr Contents zu produzieren. Also abonnieren und liken. Teile nicht vergessen. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos, um es zu verstehen. Bayern? Nubel mit Anzeige in Frankreich zeigt Bayern-Leihgabe Alexander Nubel seine Klasse wie nie zuvor. Der Torhüter hat eine klare Vorstellung für den nächsten Sommer. Manuel Neuer verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024. Sein aktueller Nachfolger Alexander Nubel war bis 2023 an die Ismonaco ausgeliehen. Wird Nubel für neu auf der Bank sitzen? Hinterlasse bereits deinem Kommentar. Die Zukunft von Alexander Nubel ist noch unklar. Der Torhüter ist bis Sommer 2023 an die Ismonaco ausgeliehen. Dort zeigte die FC Bayern-Leihgabe zuletzt starke Leistungen. Mit 38 Paraden thront er an der Spitze der Ligue erste. Zudem wurde er dreimal zum Spieler des Spiels gekühlt und hat in drei seiner letzten fünf Spiele sein Tor sauber gehalten. Deshalb hat er auch kein Interesse daran, nächste Saison wieder auf der Bank zu sitzen. Ich danke Ihnen von Herzen.